Ich bin mir sicher, dass es Alex war. Ich habe gesehen, wie sie am Fenster gestanden ist. Ich bin mir sicher, dass Alex etwas damit zu tun hat. Ich glaube auch, dass es Alex war. Niemals. Was? Das muss Alex gewesen sein. Muss. Ist das schon raus? Ja, ne? Das muss Alex gewesen sein. Oder es soll niemals, Alex war es raus. Und niemals. Du musst mich stark erschubsen. Aber irgendwie Angst, dass es schief geht. Das wird mich. Vertraue mir. Du bist so ein... Ich filme ab jetzt. Doch. Okay, jetzt muss ich einfach rennen. Ja, und ihr zwei schaut nicht auf Handy. Ihr müsst hier hinterher rennen. Es ist gerade jemand gestorben. Es hält die Jugendmude an. Es hält die Jugendmude an. Ich habe es nicht. Ich habe es nicht. Sie hat es nicht. Ich habe es nicht mehr. Nochmal. Schau mal. Hallo. 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 Leute, es ist so lustig, alles zu sagen. Ein Kaffee ist irgendwo von uns. Was freuen wir euch so? Das ist ein Kaffee. Schau mal, das ist schon ein Kaffee. Das war so gut. Lebe ich wieder hin. Lebe ich wieder hin. Geht's schon? Cool. Ich darf nicht hinschauen. Ich darf nicht hinschauen. Machst du das Fisch-Ei von oben. Warte, da musst du auch noch nichts machen. Ich glaube, mein Finger war ein bisschen im Bild. Ich darf nicht vergessen.